Moin Moin und was geht ab? Super, bis wir wieder schauen und heute mit dabei ist, ah, heiß Kopf gestoßen. Luca, moin. Moin, was geht ab? Boah, und wir sind hier gerade in der Luft und fliegen, weil wir cool sind. Und wir warten natürlich auf die Venom-Kräfte, die stärksten Kräfte, die es überhaupt gibt. Auf was warst du? Die Venom-Kraft, Venom-Kraft, Venom-Kraft! Jo, guck dir das an! Oh mein Gott! Würdest du das sehen? Das sieht so satisfying aus. Ich weiß, ich sehe es. Wirklich? Ich kann ja auf die Karte gucken, oder? Was siehst du denn? Ja, wie du dich drehst. Ja, aber von meiner Ansicht ziehst du es nicht, was da so cool drin ist, hm? Muss ich doch auch nicht. Doch, da kommt so ein Tornado. Donate Verschöpfung. Ah, scheiße, ich dachte gerade, hier ist die Venom-Kraft gespawnt. Venom? Ja, Venom! Wie oft noch? Ich habe schon tausendmal gesagt, hörst du mich zu? Ich habe Venom gesagt, Venom! Boah, Alter! Und heute, da habe ich nochmal richtig trainiert, Tüch-Tennis. Also bin ich morgen auf dem Hof supervoll-Profi. Der kann nur schmettern. Nein, der kann jetzt nicht mehr schmettern. Aber darfst du deine Schmetter bitte? Ich kann jetzt angedrehte Bälle machen. Ich kann jetzt angedrehte Bälle machen. Profi. Ich weiß. Eigentlich nicht. Was? Eigentlich nicht. Ja, ja, genau. Ich kann nur einen Aufschlag, der ist echt gut. Ich kann jetzt nur noch tiefe Aufschläge. Ich habe es verlernt, Rohraufschläge zu machen. Hast du gar nicht. Du kannst ja noch. Ja, okay. Easy. Was? Ja, guck doch. Was denn? Ja, hast du dir wahrscheinlich bei meiner Aufrüstbank aufgerissen. Habe ich mal die Schwöre. Ja, klar. Ja, komm, Leute. Leute, ich werde meine Aufrüstbank aufgerissen. Aufgerissen. Man kennt ja nicht anders von ihm. Und dann auch angegeben damit. Dann auch angegeben damit. Ich habe die Schwöre gemacht. Ich zeige dir dann gleich. Scheiße, Leute. Das bin ich am Anfang. Ja, und? Was hast du davon, wenn du es gezogen hast? Sehr cool. Ja, genau. Das ist sehr cool. Ja, ja, genau. So. Aber. Ich muss was sagen. Hier im Video. Dieser Sneapax, Leute, den kenne ich gar nicht wirklich. Das habe ich nur alles geschauspielt und so. Ja, und Leute, und das ist jetzt kein Scherz. Äh, das ist wirklich so. Was sagst du dazu, Sneapax? Ja. Ist halt einfach so. Hehehe. 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 Ja, ja. Und die Venomkraft ist immer noch nicht mehr gespawnt. Die Venomkraft muss spawnen. Er spawnt normalerweise. Immer, wenn die erste Ton angekündigt wird. Was soll das? Sie ist noch nicht gespawnt. Ich glaube, Fortnite. Es gibt gar keine Venomkraft, Alter. Natürlich gibt es eine Venomkraft. Guck mein letztes Video an, was ich zuletzt hochgeladen habe. Ja, okay, mach. Mach ich gleich. Nein, mach jetzt, sonst glaubst du mir ja nicht. Nee, ich fahr jetzt mal zu dir. So, one, but you, point you. To campus, to be another, to post, no, you. Reicht doch irgendwann. Nein. Warte mal, Philipp wollte noch spielen mit uns. Mit mir, meine ich. Nicht mit dir, Alter. Wer will das nicht tun? Spaß. Oha. Ich bin ja Trios. Spaß, Trios, fast, fast, fast wettet. Du bist fast wettet. Nö. Doch. Ich bin auch ganz gut. Komm, ramm mich, ramm mich mit deinem Auto. Mit deinem schönen Auto, ramm mich damit. Ramm mich in den Bauch. Warum soll ich denn? Er klingt bitte Venomkraft. Die spawnen Venom auf der Map. Und die wird man auch hier, oder was? Aber meistens in der Bitte. Komm, die spawnen meistens. Ramm mich. Oh, wie schlecht. Du hättest mich richtig ramm müssen. Die spawnen wollen dann auf der Map, aber man sieht die dann auf der Map. Auch. Jetzt guck ich ja erstmal den grünes Liga. Oh. So. Als ob du über 100 Videos hast. Natürlich habe ich über 100 Videos. Malst du die mythische Raffe? Naja. Ja. Die Venomkraft. Welche Minute? Was? Na, mach mal so 5 Minuten. Da hab ich sie schon in meinem Tag. Ja. Ja. Siehst du? Jetzt weißt du es, dass ich es hab, oder? Was macht man mit dir? Was? Was macht man mit dir? Na, so wie in Season 14. Nur, dass man jetzt sogar noch damit schneller ist, wenn man es am Eventar hat. Und man kann jederzeit Hängegletter aktivieren, wenn man es am Eventar hat. Wieso bist du hier rein? Geh, komm wieder raus. Geh wieder raus. Geh wieder raus. Geh wieder raus. Geh doch einfach. Du verstehst mein Humor nicht. Was ist der fest? Ich hab ihn gef... Nein, okay, er war auch schlecht. Aber wahrscheinlich kommt es nur jede zweite Runde, die Venomkraft. Wahrscheinlich. Also hab ich mal so gehört von YouTubern. Also was macht ihr bei einem Krach? Du bist schneller. Also YouTuber hat es mal gesagt. Ja und, was macht ihr bei einem Krach? Du bist schneller. Ich meine, schneller. Kannst du mit dem Fan... Also man ist schneller. Man kann jederzeit einen Hängegletter aktivieren. Du meinst so wie ich gerade? Du meinst so wie ich gerade? Nein, du bist so schneller. Aber kannst keinen Hängegletter aktivieren. Und du kannst den Gegner ranziehen. Alle 10 Sekunden. Und sie kriegen damit sogar auch noch 60 Damage. Und du kannst damit auch sogar in Boxes reingrapschen. Und die ranziehen. Oh, geil. Geil. Geil, Alter. Einfach geil. Wait, 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 wait. Ich hab schon Legendary Skar. Oh, guck mal, was für ein Ehrenmann der ist. ja okay es kommt wirklich nicht diese runde mehr wir haben noch unser auto aber laufen wir sie sie okay noch zwei sturm phasen müssen wir überleben also ich dann kriege ich noch mal dann kriege ich 7 7 7 7 7 34.000 xp noch mal eine halbe stufe und danach müssen wir hochstapler spielen okay okay dann verlasse ich kompletten ich bin so lange wie ich diese bis ich diesen skin ab ich bin so schön ich hab mich voll Nein, das hab ich nicht. Scheiße, ich hab's auch noch mal im Video gesagt. Oh, Scheiße. Das war ein Scherz, Leute. Nicht ernst nehmen. Ja, was ist denn? Was? Ach so, du hast es nicht gehört. Schön. Schön für dich. Yo, clean, Mann! Okay, wo ist der? Der kleine, nette Mensch. Kleiner, netter Traktor. Hurra! Boah, der hat ein Auto. Hä? Das ist es. Yes. Du meinst den Gegner? Das ist der Gegner. Da hast du eine Flasche. Ich hab alle Flaschen schon eingesammelt. Ich hab jede Aufgabe abgeschlossen. Und ich hab jede Flasche eingesammelt. Was sagst du dazu? Tschüss, er ist bei mir, er ist bei mir, er ist bei mir. Er ist bei mir. Ah, ich hab mich aus dem Auto gelegt. Das ist das Geld. Wer finde ich? Wer finde ich der Sack? Wer finde ich der Sack? Danke. Die Granaten waren von dir? Äh, einer. Ja. Ich hab's zu kommen für Fortnite. Natürlich. Okay, Leute, das war's. Ich glaub, es ist die Aufgabe. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Hernandez ist das Ganze. Komm, ich hab's zu kommen. Nee. Und tschaa! Das war's mit dem Video.